Abenteuer teilen ein U-Boot, um in den Meerestiefen auf Schatzsuche zu gehen. Bewegt eure Figur, sammelt versunkene Schätze und bringt sie zurück. Je tiefer der Schatz, desto höher ist sein Wert. Aber umso länger ist der Rückweg. Durch das Aufsammeln von Schätzen steigt der Sauerstoffverbrauch. Kehrt zurück, ehe euch die Luft ausgeht. In eurem Zug würfelt ihr drei Würfel und bewegt euch um die Summe von zwei davon. Außer ihr sagt an, dass ihr den Turbo einlegt. So könnt ihr alle drei Würfel zum Bewegen nutzen. Doch Achtung, der Turbo verbraucht euren gemeinsamen Sauerstoff. Werdet ihr früh umdrehen, um sicher zurückzukehren, ehe der Sauerstoff ausgeht? Oder werdet ihr auf Risiko gehen und für wertvollere Schätze tiefer tauchen? Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums beginnt ein neues, noch aufregenderes Tiefsee-Abenteuer. Und dann geht's mit der Schatz, die 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 Schatz,